Willkommen bei GT Automotive, SRT Autosport in Euskirchen. Euren Partner für Tuning der besonderen Art. Sonderabnahmen, Sondereintragen. Heute möchte ich euch ein weiteres Feld von uns vorstellen. PKW Vollabnahmen. In diesem Fall haben wir einen wunderschönen F430 auf der Bühne. Fahrzeug wurde seinerzeit von Italien ausgeliefert nach Frankreich, dort zugelassen, dann verkauft nach England, dort zugelassen, jetzt wieder zurück nach Deutschland. Da muss dann keine komplette Vollabnahme gemacht werden, dass das Fahrzeug in Deutschland auf der Straße bewegt werden darf. Besonderheit ist da immer darauf zu achten in England. Wie sind die Scheinwerfer? Linksverkehr, Rechtsverkehr. Alles in Ordnung. Abnahme haben wir gemacht. Wir haben dem Fahrzeug noch ein paar Spurblatt auf der Hinterachse verbaut. Das steht dann noch ein bisschen schöner. Wie gesagt, machen wir auch seit Jahren sind wir sehr bekannt für. Wenn ihr da mal was habt, Reimportautos etc., gerne anfragen. Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Danke.